Bei ihr-bauberater.at werden Sie vom Inhaber Karl G. Sierich höchstpersönlich beraten und betreut. Das Wiener Neudorfer Unternehmen besteht schon seit mehr als 10 Jahren und überzeugt mit großer Leistungsvielfalt rund ums Bauen. Eine besondere Spezialisierung liegt dabei auf der doppelt beplankten Holzrahmenbauweise inklusive Installationsebene. Neben professioneller Beratung und fachkundiger Planung erhalten Sie hier eine detailliert gestaltete 3D-Ansicht, damit Sie sich Ihr individuelles Bauvorhaben bestmöglich vorstellen können. Selbstverständlich kümmert sich Karl G. Sierich auch um die Einhaltung der Bebauungsbestimmungen und kontaktiert alle zuständigen Baubehörden. Auf Wunsch bietet er sogar eine zuverlässige Bauherrenmithilfe vom Rohbau bis hin zum schlüsselfertigen Wohnhaus. Ihr-Bauberater.at Über 100 errichtete Häuser und mehr als 200 zufriedene Kunden sprechen für sich.